Intensivmedizin nicht nur für Anfänger. Eine Reihe von Stefan Großmann, Oberarzt am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Regensburg. Für alle Freunde der Intensivmedizin oder jene, die es noch werden wollen. Liebe Freunde der Intensivmedizin, heute soll es um das Thema Hyperkalzämie gehen. Patienten mit einer Hyperkalzämie, die werden uns gerne sozusagen von der Allgemeinstation oder vom Notfallzentrum zuverlegt, weil man eben eine bestimmte Klinik feststellt und dann eben im Labor erkennt, dass der Patient Hyperkalzäm ist. Bei einer Anregung, die ich jetzt vom Kommentar bekommen habe, beim anderen YouTube-Video, ging es um die Frage, können wir nicht praktische Beispiele von der Intensivstation eben auch zeigen. Das ist natürlich nicht ganz unproblematisch aufgrund des Datenschutzes, aber ich werde jetzt doch einen Fall konstruieren, der sich so ähnlich abgespielt hat, ohne dass man jetzt wirklich konkret die Person erkennen kann. Und den können wir also sozusagen jetzt Teaser nehmen und später dann eben auch auflösen. Da war da jetzt ein Patient, der war 64 Jahre alt, männlich und hatte mit PAVK zu tun. Und so kam er eigentlich ins Krankenhaus. Was aber den Kollegen dort aufgefallen ist, dass er deutliche Gewichtsabnahme hatte, der Patient in den letzten Monaten und so eine richtige B-Symptomatik mit dabei. Und dieser Patient war aber auch verwirrt. Das heißt, eigentlich wollte man gerne eben auch diese Gewichtsabnahme abklären. Man dachte an eine Tumorerkrankung und konnte das aber nicht durchführen, weil der Patient eigentlich nicht willens war. Und man hatte aber Zweifel, ob er sozusagen diese Situation entsprechend versteht. Und zusätzlich hat man dann eben im Labor festgestellt, dass das Gesamtkalzium bei 3,6 Millimol pro Liter war. Und dann wurden wir eben nachgefragt mit der Überwachungs-, mit der Intensivstation, ob wir uns um diesen Patienten kümmern könnten. Was macht diese Hyperkalzämie an Klinik? Das heißt, man hat einen ängstlichen Patienten, der kann depressiv sein, er kann auch störender Kognition haben und kann auch stark verwirrt sein. Es kann aber auch zu einer quantitativen Bewusstseinsstörung kommen. Das heißt, der Patient ist letharg. Das geht weiter bis Richtung Stupor oder sogar Koma. Der Gastrointestinaltrakt leidet an Obstipation und Übelkeit. Das ist ein wichtiger Punkt. Das kann nämlich dann zur Dekompensation führen. Dann gibt es ja Hyperkalzämie-induziierte Pankreatitis, eine seltene Erkrankung, aber auch Ulzerationen. Und die arme Niere leidet sehr unter der Hyperkalzämie und zwar initial mit einem Nephrogen-Diabetes-Inzipitus. Das heißt, man hat eine vermehrte Ausscheidung von Flüssigkeit. Das liegt eben nicht an der Hirnanhangsdrüse, sondern an der Niere selbst. Eben Nephrogener-Diabetes-Inzipitus. Und der Patient gleicht das normalerweise durch vermehrtes Trinken aus. Was dann passieren kann, dass Nierensteine auftreten und im schlimmsten Fall eben auch eine Nephrocalzinose. Und das kann dann in der weiteren Folge auch zu einer Verschlechterung der Nierenfunktion. Am Herzen finden wir supraventrikuläre Arrhythmien, aber auch ATL-Hypertonie ist beschrieben. Und der Patient klagt eventuell über Muskelschwäche und hat auch Knochenschmerzen. Und es gibt ja unseren Merkspruch aus Examenzeiten Steinbein und Magenpein. Das heißt gastrointestinale Symptomatik, dann eben diese Nephrolithiasis. Und Bein, das bezieht sich eben auf den Knochen, der tut dann entsprechend weh. Hier wären mal Bilder von radiologischen oder ultraschallbedingten Darstellungen. Der sogenannte Nephrocalzinose ist natürlich ein seltener Fall. Man sieht hier links, dass dieses Bild eben hier, dieses R vermutlich ist schon ein bisschen antiquiert. Aber man sieht hier sozusagen die Verkalkung im Bereich der Niere. Hier so sieht das sonografisch aus und wenn man CT macht, findet man das auch. Warum das nicht mehr so häufig auftritt, erkläre ich dann später. Die Klinik auf der Intensivstation, hier gibt es eine Erhebung. Literatur ist dann später genannt. Das heißt, man hat oft eine neurologische Beteiligung. Hier haben die Patienten oftmals ein Delir. Also das heißt, wir haben schon über Delir gesprochen, immer auf die Elektrolyte auch achten. Dann mögen die Patienten sozusagen nichts essen, weil der Bauch weh tut. Sie haben Obstipation. Die akute Pankreatitis ist eher selten. Sie haben eine arterielle Hypertonie und wir finden EKG-Veränderungen. Und bei der Niere ist es eben so, am Anfang die Polyurie, aber dann kann eben durch die Hypercalzinose und dann eben auch durch das prärenale Nierenversagen ein akutes Nierenversagen entstehen. Und das hat dann halt unterschiedliche Stadien. Bei dem EKG hier eine schöne Übersicht mit den verschiedenen Elektrolytstörungen. Ich sehe hier zum Beispiel die Hypokalämie, wo es hier zu einer Verbreiterung kommt und eine U-Welle entsteht. Oder hier das Hochspitze T bei der Hyperkalämie. Und hier die Hypokalämie bzw. die Hyperkalämie, hier Hypokalämie, QT-Zeitverlängerung und Hyperkalämie eben QT-Zeitverkürzung. Das würden wir dann im EKG sehen. Und hier auch wieder aus dieser Erhebung auf der Intensivstation leider auch ein Problem. Die Prognose ist dann natürlich schlecht, wenn die Hyperkalämie hier Ausdruck eines soliden Tumors. Das heißt, man kann sich schon mal merken, für sich selber sollte man eine Hyperkalämie haben. Das ist jetzt ein bisschen beißend ironisch. Dann wünscht man sich, dass das Parathormon hoch ist, dass es sich um einen primären Hyperparathyroidismus handelt und nicht eben als Ausdruck einer Tumor ergreift. Was müssen wir zusätzlich beachten bezüglich des Eiweißes, des Serum-Eiweißes? Wie steht das in Zusammenhang mit dem Kalzium? Das heißt, das gesamte Kalzium ist gebunden einmal an das Eiweiß und liegt eben dann als freies Kalzium vor. Und dieses freie Kalzium, das können wir in der Blutgasanalyse ja messen. Das heißt, da können wir immer sehen, ob es sich wirklich um eine Hyperkalämie handelt. Oder eben, ob durch vermehrtes Eiweiß eben ein falsch hohes Gesamtkalzium vorliegt. Also Kalzium wird falsch zu hoch gemessen bei einer Hyperalbuminämie, zum Beispiel durch Dehydratation und selten auch mal durch eine Vermehrung der Gamma-Globuline, zum Beispiel Blamplasmozytom. Auf der Intensivstation haben wir aber oftmals das Gegenteil. Wir haben oftmals, Albumin ist ja ein negatives Akutphase-Protein und hängt natürlich auch mit der Ernährung zusammen. Das heißt, wir haben aber oftmals eine Hyperalbuminämie und dann messen wir sozusagen relativ niedriges Gesamtkalzium. Das heißt, Empfehlung auf der Intensivstation, immer wieder das Kalzium an der Blutgasanalyse neben den anderen Parametern betrachten. Da sieht man das ionisierte Kalzium und man weiß, was los ist. Man kann sich aber auch helfen, wenn man die Blutgasanalyse nicht hat. Das heißt, wenn man jetzt eine Erhöhung des Albumins hat um ein Gramm oder eine Erniedrigung, dann macht das eben eine entsprechende, nicht Gegenläufe, sondern gleichsinnige Delta von dem Kalzium um circa 0,2 Millimol pro Liter aus. Das heißt, habe ich zum Beispiel ein Gramm mehr, dann kann ich eben das Gesamtkalzium als Normwert, kann ich sozusagen um 0,2 nach oben nehmen. Jetzt nochmal zur Wiederholung, Vitamin D-Stoffwechsel. Es ist so, das Kolekalziferol, das Vitamin D3, das kann ja synthetisiert werden in der Haut durch UVB-Strahlung. Das heißt, wenn wir ordentlich an der Sonne sind und entsprechend dann auch helle Haut haben und uns vielleicht dann doch wenig schützen, dann entsteht vielleicht ein Melanom, aber auf der anderen Seite entsteht relativ viel Vitamin D3. Und deswegen ist auch der Begriff Vitamin im Zusammenhang mit dem Vitamin D so eine Sache, weil ja rein definitionsgemäßen Vitamin eine Substanz ist, die der Körper nicht selber synthetisieren kann, sondern aufgenommen werden muss. Aber wenn eben nicht genug UVB-Strahlung, also Sonnenstrahlung da ist, zum Beispiel in den Wintermonaten, in den nördlichen Breiten, dann ist es eben auch möglich, exogen zuzuführen. Und hier auf diesem Bild von Albrecht Dürer ist, das heißt Maria mit der Birnenschnitte, das hat sie dem Jesuskind gegeben, sieht man. Darauf wird von Kunsthistorikern hingewiesen, dass das arme Jesulein so einen rachitischen Aspekt hatte. Und die Kinder früher, die wurden dann eben exogen zugeführt, indem man den Lebertran gegeben hat. Heutzutage kann man Tabletten zu. Und dieses Kohlecalciferol, dieses Vitamin D3, das muss dann eben weiter verstoffwechselt werden in der Leber. Da wird es einmal hydroxyliert, dann entsteht dieses Calcidiol und dann haben wir nochmal eine Hydroxylierung in der Niere. Und dann entsteht dieses Calcidiol und bei der Niereninsuffizienz, da haben wir eben hier das Problem, dass dieses Calcidiol nicht synthetisiert werden kann, weil eben die Niere das nicht mehr schafft bei der chronischen Niereninsuffizienz. Und dann haben wir eben sozusagen einen Vitamin D3-Mangel, weil dieses Calcidiol, das ist eben diese aktive Form. Was macht jetzt das Parathormon und das Calcitriol hier oben, ist der Einfluss auf den Calciumstoffwechsel genannt. Das heißt, gehen wir mal hier zum Parathormon, das wird in den Nebenschilddrüsen gebildet. Und es macht hauptsächlich mal hier an der Niere sozusagen eine Aufnahme des Calcium, eine Rückresorption. Das heißt, es wird weniger Calcium im Urin ausgeschieden und auf der anderen Seite werden hier die Osteoklasten stimuliert. Und es wird aus dem Knochen, und da befindet sich ja die Hauptmasse des Calcium und auch des Phosphats im Körper, wird sozusagen Calcium freigesetzt. Und hier gelangt es dann faktisch ins Plasma. Und wir haben natürlich wie bei allen Hormonen dann ein negatives Feedback. Hier das Calcium regelt dann, wenn es hoch ist, das Parathormon nach unten, wenn Parathormon eben physiologisch gesteuert werden kann. Zusätzlich macht Parathormon eine Stimulation dieser Hydroxylase, die dazu führt, dass mehr Calcitriol eben gebildet wird. Und dieses Calcitriol, das verstärkt eben die Aufnahme von Calcium aus dem Darm. Das heißt, hier haben wir wirklich sozusagen eine vermehrte Aufnahme. Das ist wichtig. Das macht eben eine positive Bilanz. Und beim Phosphat ist es eben so, dass das Parathormon die Phosphatausscheidung im Urin stimuliert. Das heißt, wenn wir viel Parathormon haben, haben wir bei intakter Nierenfunktion eben ein niedriges Serumphosphor. Hier nochmal zusammenfassend die verschiedenen Kalziumsteuernden Hormone, die eben auf den Calciumstoffwechsel einwirken. Da haben wir das Parathormon, das erhöht den Calciumspiegel, so ähnlich eben wie das Calcitriol. Und das Calcitonin, das gibt ja oftmals eben sozusagen im Hormonstoffwechsel immer Gegen- und Spieler- und Spieler, das senkt eben das Calcium. Das heißt, das Parathormon macht am Knochen eine Mobilisierung durch Osteoklastenaktivierung. Und beim Calcitriol haben wir eben eine erhöhte Mineralisierung durch Osteoplastenaktivierung. Das heißt, hier haben wir Gegenspieler. Und Calcitonin führt auch dazu, dass Calcium vermehrt in den Knochen eingebaut wird, der Knochenabbau eben sozusagen niedrig. An der Niere ist es so, Parathormon, ich habe schon genannt, Calcium wird reabsorbiert, Phosphat wird vermehrt ausgeschieden. Also das Calcium, das freie Calcium, das nicht gebunden ist, wird dadurch höher. Calcitriol macht beides, resorbiert also vermehrt Phosphat und Calcium. Und Calcitonin erhöht die Calcium-Ausscheidung, macht also sozusagen das Gegenteil vom Parathormon. Und Parathormon verstärkt die Hydroxilierung von dem Calcidiol, also von dem 25-Hydroxy-Calciferol, zu 1,25, zu dem Calcitriol, zu dieser aktiven Form. Und am Darm ist es so, dass Parathormon die Calcium-Resorption erhöht, vielleicht auch indirekt über das 1,25, über das Calcitriol. Und Calcitonin vermindert eben die Calcium-Resorption. Es ist so, wenn wir eine Hyperkalzämie vorliegen haben, müssen wir als erstes gleich das Parathormon bestimmen. Und ich hoffe, dass Sie in Ihrem Labor sozusagen den direkten Zugang haben, weil sonst haben Sie ein Problem zu entscheiden, auf welcher Seite Sie sozusagen in der Differenzial-Diagnose der Hyperkalzämie sind. Und da müssen Sie etwas beachten. Und zwar, wenn Sie eine Hyperkalzämie haben und das liegt nicht am Parathormon, dann dürfte das Parathormon, muss dann erniedrigt sein. Das heißt, es darf auch nicht hochnormal sein. Auch wenn das hochnormal ist, ist schon ein Hinweis darauf, dass dieser Regulationsmechanismus dann eben nicht mehr entsprechend funktioniert und vielleicht eben so eine Autonomie der Nebenschilddrüsen eben vorliegt. Das heißt, Parathormon klar erhöht ist ein Hinweis auf eine Störung der Nebenschilddrüsen. Ist es aber hochnormal bei einer vorliegenden Hyperkalzämie, ist es eben auch Ausdruck einer Autonomie. Hier können Sie dann nachschauen, eben mit einer entsprechenden sind die grafischen Untersuchung, wo dieser heiße Knoten, sage ich jetzt mal, also das heiße Nebenschilddrüsenkörbchen liegt und der Chirurg muss das dann entsprechend entfernen. Wenn man einen primären Hyperparathydismus hat, dann denkt man als Internist natürlich auch an diese multiple endokrine Neoplasie. Da gibt es den Typ 1 und Typ 2 und da kommt eben der Hyperparathydismus vor. Dann gucken Sie nach, ob in der Familie schon mal Entsprechendes war, ob die Patienten vielleicht Hinweise auf ein Gastrinom oder ein Insulinom haben. Auch können Sie zum Beispiel ein Prolaktinom haben. Ich denke da jetzt an sekundäre A, Menorö. Oder Sie können auch äußerlich zu sehen ein paar Fibrome haben. Und dieser Typ 2A ist eben für Gesellschaften mit Feochromozytetom und auch mit einem medullären Schilddrüsenkarzinom. Und wenn Sie dann diese seltene Erkrankung herausfinden, dann sind Sie natürlich der Held oder die Heldin. Dann gibt es noch eine seltene Erkrankung auch. Das nennt sich familiäre hypokalziurische Hyperkalzämie. Das heißt, hier haben wir eine Störung sozusagen des Normalwerts für Kalzium. Das heißt, durch irgendeinen Mechanismus, familiär eben bedingt, erblich bedingt, ist es so, dass der Körper sich einen höheren Kalziumwert wünscht. Das heißt, die Patienten sind relativ asymptomatisch. Das Parathormon ist leicht erhöht. Das ist klar. Der Körper will sozusagen erhöhte Kalziumwerte haben. Und die Kalziumerschautung im Urin ist aber vermindert. Das heißt, man kann das eben entsprechend diagnostizieren, indem man die Kalziumclearance misst und die Kreatinienclearance. Und wenn die sozusagen, dieser Quotient kleiner 0,01 ist, wäre das so ein Hinweis darauf. Ist eine seltene Erkrankung, aber Sie können das diagnostizieren, indem Sie eben Familie wieder anamnestizieren und auf der anderen Seite eben die Kalziumclearance berechnet. Das heißt, Sie brauchen eigentlich nur aus dem Urin, neben dem Serumkalzium, eben auch das Urinkalzium zu bestimmen. Jetzt haben wir sozusagen den primären Hyperparathyudismus. Das heißt, die Erhöhung des Parathormon haben wir dann gesehen im Zusammenhang mit der Hyperkalzämie. Und jetzt wäre so, Dichotom eben diese Aufteilung. Sie finden ein erniedrigtes Parathormon. Und dann müssen Sie eben oder können Sie diese drei weiteren Werte bestimmen. Eben das Hydroxyvitamin D, das Calcidiol, das 25, dann das 1,25, das Calcitriol und diese sogenannte PTH-Related Peptide. Das heißt, das Erste wäre Hinweis darauf, dass zu viel Vitamin D exogen zugeführt wurde. Das heißt, das ist sozusagen die erste Speicherform, wenn ich exogen zuführe. Das andere wäre hier sozusagen ein Hinweis darauf, dass sich vermehrt 1,25 bildet. Und dieses PTH-Related Peptide, das ist eben das, was ich vorhin schon genannt habe, bei soliden Tumoren, Bronchalkarzinom, Nierenzellkarzinom etc., kann das eben synthetisiert werden. Und das sieht eben aus, für den Körper wie PTH ist sozusagen ein verwandtes Peptid dazu, das paraneoplastisch gebildet wird und was dann eben zur Hyperkalzämie führt. Zu den Vitamin D-Metaboliten. Das Calcitriol kann dann erhöht sein, wenn wir eine extrarenale 1-Alpha-Hydroxylase-Bildung haben. Und zwar ist das hauptsächlich in granulomatösen Geweben. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel eine Sarkoidose finden, das ist eine interessante Differenzialdiagnose. Sie machen eine Röntgenaufnahme, Sie haben eben entsprechende Lymphadenopathie, Sie haben vielleicht Konsolidierungen in der Lunge, Sie haben entsprechende Dyspno-Symptomatik. Aber die Sarkoidose kann natürlich auch andere Organe befallen. Dann wäre das Differenzialdiagnose. Tuberkulose ist natürlich jetzt nicht so primär die häufige Differenzialdiagnose. Aber hier auch wichtig, Lymphome können eben also auch eine vermehrte Calcitriol-Induktion machen. Oder wir haben einen Patienten, der Calcitriol vermehrt eben zuführt. Das ist aber eine seltene Situation. Es ist ein relativ teures Präparat, wird von Nephrologen natürlich bei der sekundären Hyperparathyroidismus im Rahmen einer chronischen Niereninsuffizienz verabreicht, hat eine kurze Halbwertszeit. Also das heißt, wenn Sie sehen, der Patient hat eben dieses Calcitriol vermehrt eingenommen, dann ist es meistens schon damit getan, dass eben dieses Calcitriol eben abgesetzt wird. Und dadurch wird die Hyperkalzämie eben dann sozusagen rasch geringer. Das andere ist eben das 25, das Calcitriol. Calcidiol, man muss aufpassen, wenn das signifikant erhöht ist, das kann eben, das hat eine Eigenschaft, wenn das richtig massiv erhöht ist, dann kann es eben diese Hydroxilierung umgehen und trotzdem induziert es eben dann schon eine entsprechende Hyperkalzämie. Und das ist eben ein Ausdruck davon von einer Vitamin-D-Intoxikation. Es gibt ja Vitamin-D, was man eben einfach kaufen kann. Und es werden immer Fälle beschrieben, wo sozusagen Over-the-Counter-Intoxikationen entstehen, weil sich das entsprechend dann kumuliert. Und da wäre das ein Hinweis darauf, dass eben das durch zu vermehrte Vitamin-D-Zufuhr eben induziert war. Weitere Differenzialdiagnosen der Hyperkalzämie wäre das Multiple Myelom. Das hat jetzt nichts mit dem PTH-Related Peptide zu tun, sondern da kommt es direkt sozusagen zur Affektion des Knochenstockwechsels. Dann machen Sie Serum-Elektrophorese und Sie können natürlich auch nach Leichtketten schauen, zum Beispiel weiter dann auch eine Urinelektrophorese durchführen und diese Kappa-Lambda-Leichtketten-Quotient. Der bedeutet eben, wenn Sie irgendwo eine monokononale Bildung haben von einer Leichtkette, zum Beispiel in der Kappa- oder Lambda-Fraktion, dann ist eine dieser Fraktionen extrem erhöht und Sie finden in diesem Quotient eben sozusagen extreme Werte und das wäre Hinweis auf eine sozusagen autonome Produktion im Vergleich zu irgendwelchen chronisch entzündlichen Prozessen, die dann eben auch mal ein paar Leichtketten produzieren können. Vitamin A-Intoxikation kann interessanterweise durch vermehrte Knochenresorption eben auch dazu führen. Dann der Hyperthyroidismus macht auch eine vermehrte Knochenresorption, das heißt, wenn Sie eine Hyperkalzämie haben, dann bestimmen Sie auch die Schilddrüsenwerte mit und bei Patienten, die Lithium einnehmen, das führt indirekt zu einer vermehrten PTH-Sekretion, das heißt, da haben Sie das Problem, dass eventuell eben dieser Patient mit der psychiatrischen Erkrankung und das Lithium nicht mehr verträgt und er muss dann eben von psychiatrisch auf ein anderes Medikament eingestellt werden. Und das ist interessant auf der Intensivstation, das sehen wir bei Patienten, die ganz, ganz lang eben auf der Intensivstation sind, dass diese Immobilisation, das heißt, es nicht mehr belastende des Skeletts dazu führt, dass scheinbar eben sozusagen die Osteoklastenaktivität zunimmt, dass der Knochen sich immer mehr abbaut, das weiß man ja auch von sonstigen Knochenstoffwechselstörungen, ich denke da nur an die armen Astronauten, die irgendwie in der Schwerelosigkeit sind. Und da kommt es dann plötzlich zu einem Anstieg des Kalziums und wenn man dann vergleicht, dann kam der Patient eben vor der grauen Zeit sozusagen mit ganz normalen ionisierten Kalziumwerten und das nimmt dann zu und ist eben ein Ausdruck davon, dass eben durch die Immobilisation Osteoklastenaktivität da ist und man muss am besten den Patienten wieder mobilisieren und dann wird das Kalzium auch entsprechend wieder eingestellt. Gehen wir nochmal zum Phosphat. Bei PTH oder auch diesem Related Peptide, das hat eine ähnliche Wirkung, kommt es zur Hypophosphatämie, vermehrte Ausscheidung über die Niere, gesetztenfalls, sie funktioniert noch. Und das Phosphat erhöht oder normal ist eben bei granulomatösen Erkrankungen, bei Vitamin-D-Toxikation, bei der Immobilisation der Thyretoxikose und bei Knochen-Extasen. Das heißt, Phosphat ist ja eine wichtige Substanz und wenn Sie jetzt, sagen wir mal, dieses PTH jetzt nicht direkt gemessen haben und Sie sehen einen Patienten, der eine Hypophosphatämie hat, dann wäre das schon ein Hinweis darauf, dass eben PTH oder leider auch dieses PTH-Related Peptide entsprechend erhöht. Jetzt zur Therapie. Was man aufhören muss, in dem Moment, wenn ein Patient Hypercalcem ist, dass man Vitamin-D-Präparate geben, natürlich auch Calcium, Vitamin-A-Präparate sollen existieren, dann wegen der proarythmogenen Wirkung dürfen wir auch da kein Digitalis geben und Thiazide sind Diuretika, sozusagen die Calcium-Resorption erhöhen. Das heißt, das ist auch gefährlich. Thiazide lassen wir weg und Lithium, das habe ich schon diskutiert, muss halt dann ersetzt werden. Was machen wir? Der Patient ist durch diesen Nephrogenen Diabetes Incipitus exekiert. Wir müssen Flüssigkeit zuführen. Und dann nehmen wir ausnahmsweise mal NACL. Warum NACL? Einmal ist es so, NACL enthält kein Calcium und auf der anderen Seite ist es scheinbar so, dass an der Niere Kotransporter-Mechanismen da sind, die Natrium und Calcium zusammen ausscheiden lassen. Das heißt, wir geben Volumen. Und dieses Volumen, da gibt es unterschiedliche Angaben, je nachdem, welche Literatur man anschaut, 150 bis 300 Milliliter pro Stunde. Dann haben wir oder 3 bis 6 Liter in 24 Stunden und die Diurese ist natürlich nicht richtig. Die Diurese sollte dann 150 Milliliter pro Stunde sein. Es gab natürlich die Überlegung, ob man Schleifendiuretika, ich nenne jetzt Furosumid, einfach zusätzlich gibt, also eine forcierte Diurese macht, ganz viel Flüssigkeit zuführt und dann Schleifendiuretika und der Nebenwirkung auf den Calciumstoffwechsel aus nützt. Das scheint aber nicht so diese Bedeutung zu haben, ist auch nicht ganz so einfach, was jetzt Hypokalämie anbelangt und auch mögliche, sozusagen vermehrte Zufuhr von Volumen. Und man verwendet Furosumid eigentlich nur dann, wenn wir ein Problem haben, dass wir den Patienten eben sozusagen in die Hypervolemie treiben oder getrieben haben, weil er zum Beispiel herzinsuffizient ist oder weil die Niere ihre Ausscheidungsfähigkeit eben teilweise verloren. Dann können wir Calcitonin geben. Calcitonin, haben wir gesagt, ist ein Gegenspieler vom Parathormon. Das macht einen verminderten Knochenabbauch, macht auch eine Calciuri. Und wir haben eigentlich nach wenigen Stunden sozusagen schon einen Effekt da. Das heißt, in der Initialphase haben wir Flüssigkeitszufuhr und Calcitonin. Und wir haben aber das Problem, dass da eine Tachyphylaxie so nach zwei Tagen auftritt, also auf das exogene Calcitonin entsteht dann sozusagen eine Runterregelung der Rezeptoren scheinbar. Und deswegen ist es so nach 48 Stunden nicht mehr so effektiv. Wir geben vier Units pro Kilogramm Körpergewicht. Subkortan so alle sechs bis zwölf Stunden. Kann auch erhöhen, wenn man entsprechende Response hat, aber acht Units. Nebenwirkungen werden Übelkeit und es gibt manchmal allergische Reaktionen. Manche Autoren empfehlen auch dazu eine gewisse Test. Jetzt haben wir am Anfang das Calcitonin und dann kommen die Biphosphonate ins Spiel. Die Biphosphonate haben den Nachteil, dass sie erst nach 48 Stunden ungefähr wirken, nach zwei Stunden. Und da erkennen wir sozusagen im Zusammenhang Calcitonin bis 48 Stunden, Biphosphonate nach 48 Stunden, doch eigentlich ganz gut angelegt. Das heißt, das beides ergänzt sich ganz gut. Da haben wir durch diese Biphosphonate eine Hemmung der osteoklastischen Aktivität. Das ist günstig. Und wir haben eben sozusagen so zwei vertretene, das Pamidronat und die Zollidronensäure. Da wird ja eifrig diskutiert, was effizienter ist. Das beides kommt eben aus der Onkologie. Und die Indikationen sind eigentlich, wenn man jetzt in den Beipackzettel schaut, eben sozusagen eindeutig, oder in die Fachinfo, eben die tumorassoziierte Hypercalcine. Schwierig ist das, dass wir beide Medikamente potenziell als nephrotoxisch haben. Und in Studien wurde es bis 4,5 mg pro Deziliter oder Kreaglierens bis 30 ml pro Minute, je nach Studie sozusagen, verwandt. Und wir haben das Problem, dass eventuell durch diese Hypercalcimie ein prärenales Nierenversagen zusätzlich entstanden ist. Das heißt, dann stellt sich eben die Frage, können wir diese Bisphosphonate verwenden? Weil wir eben diese Nephrotoxizität haben. Und da ist es so, es gibt eine klare Empfehlung, wir schauen natürlich, dass der Patient sozusagen von der Volumiesituation her Normovoläm ist. Das heißt, wir geben nicht in dieses prärenale Problem gleich diese Bisphosphonate, weil natürlich dann die Nephrotoxizität zunehmen und wir können auch, und das werden wir dann in der Fachinfo entsprechend uns anpassen, eben eine reduzierte Dosis. Das ist jetzt interessant. Und zwar gibt es für die Bisphosphonate im weiteren Verlauf, nicht jetzt akut, die Möglichkeit, dass eine Hypokalcimie entsteht, auch eine Hypomagnesimie und eine Hypophosphatimie. Und diese Hypokalcimie, die könnte besonders bei Vitamin-D-Mangel aufgetreten sein. Also nehmen wir mal an, wir haben jetzt einen primären Hyperparathyroidismus, wir geben diese Bisphosphonate und der Patient hat vielleicht zusätzlichen Vitamin-D-Mangel, dann kann es passieren, dass wir in der weiteren Folge eine Hypokalcimie haben. Vielleicht ist der Patient dann von der Überwachungsstation und Intensivstation weg. Und wir müssen aber unbedingt darauf achten, dass eben dann eben weiter auch das Kalzium kontrolliert wird. Nebenwirkungen der Bisphosphonate, die können unmittelbar mal so grippeähnliche Symptome sein. Und wir haben dann eben auch die Möglichkeit, aber das ist besonders dann, wenn man dem Patienten wiederholt Bisphosphonate gibt, dass sich am Kiefer, an dem Kieferknochen die großen ausbilden. Wann geben wir Steroide? Wir haben durch die Steroide eine verminderte Synthese von dem Calcitriol, also das heißt von dem 1,25-D-Hydroxyvitamin D. Und haben nebenbei eben auch noch eine verminderte enterale Aufnahme von Kalzium und eine vermehrte renale Ausscheidung. Das ist natürlich auch eine negative Nebenwirkung, wenn wir Steroide geben bei einem Patienten, der nicht mit Hyperkalcimie zu tun hat. Aber wir haben eben eine verminderte Synthese. Und deswegen sind die Indikationen eben für die Steroide alle Erkrankungen, wo es zu einer vermehrten Synthese durch diese 1-Alpha-Hydroxy-Lase, diese extrarenale Bildung kommt, das wären die granulomatösen Erkrankungen, Sarkoidose. Aber auch bei der Vitamin-T-Intoxikation, weil dann haben wir vermindert sozusagen die Bildung von 1,25 erst im 25er. Und natürlich, da sind wir beim Thema Onkologie und das können Sie eben dann auch mit Ihrem Hämato-Onkologen abstimmen, eben zur Behandlung des multiplen Myeloms und auch des Lymphoms. Zinacalcet, das ist eine Substanz, die selten verwendet wird, das ist ein Calcimimeticum, das heißt, die Nebenschilddrüse denkt, da ist Calcium sozusagen genügend da. Und das ist mal bei der, bei seltenen Indikationen gibt es zum Beispiel beim Nebenschilddrüsen-Karzinom. Also das heißt, es gibt primären Hyperparathyroidismus, der eben sozusagen malignen entartet ist. Die Patienten sind charakterisiert durch Sky-Haie, Parathormon, Spiegel und auf der anderen Seite eben dann sehr, sehr hohe Calciumwerte und dann eben auch schon vielleicht tastbare Massen sozusagen an der Nebenschilddrüse, eben einen Tumor, der vielleicht dann auch nicht mehr verschieblich ist, in das Gewebe eingewachsen ist. Und da kann ich dann eben unter Umständen dieses Zinakalcet geben. Vielleicht ist ja auch der arme Patient gar nicht mehr operabel. Das sind dann so spezielle Indikationen. Dann gibt es das Denusomab. Und dieses Denusomab, das stammt eigentlich jetzt nicht aus der Behandlung der akuten schweren Hyperkalzämie. Da hat es eigentlich auch nicht die Zulassung da. Es ist ein Rankelinhibitor. Der Rezepteactivator auf NF-Kappa-B-Ligant. Das ist also im Knochenstoffwechsel sozusagen eine Substanz, die die Osteoklastendifferenzierung induziert, dieser Rankeligant. Und wenn ich den inhibiere, dann ist die Osteoklastendifferenzierung vermindert. Ich habe schon gesagt, hat keine formale Zulassung. Aber der große Vorteil von dem Denusomab ist, dass es auch bei fortgeschrittener Nierenfunktionen gegeben werden. Problematisch ist aber, wenn wir das zuführen, dann kommt es ja hier zur Osteoklastenhemmung. Und die kann ganz schön lang anhalten, über Wochen. Und dann besteht eben, ähnlich wie bei den Bisphosphonaten, aber hier nochmal extremer, die Gefahr von sekundärer Hypokalzämie, Hypokalzämie und Magnesin. Und es gibt hier einen sozusagen roten Handbrief von der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft. Und hier heißt es eben, Risiko von schweren Hypokalzämie. Und auch scheinbar sind Vaskulitiden aufgetreten. Das heißt, wenn Sie dieses Denusomab gegeben haben, dann müssen Sie in den Entlassbrief unbedingt hineinschreiben, dass regelmäßig sozusagen der Kalziumphosphat und Magnesiumstoffwechsel, also die Elektrolyte entsprechend differenziert überprüft werden. Interessant wäre in dem Zusammenhang, wenn man Denusomab gibt, dass man das Vitamin D eben auch bestimmt, damit man weiß, der Patient leidet zusätzlich noch an einem Vitamin-D-Mangel, denn dann erhöht sich sozusagen die Gefahr der Hypokalzämie. Und was man immer machen kann, wenn Elektrolytstörungen vorliegen, ist natürlich sozusagen einen Gleichmacher anzuschließen. Das wäre dann letztendlich die Hämodialyse. Und diese Hämodialyse bei extremen Fällen, insbesondere wenn eben Niereninsuffizienz vorliegt, die führt natürlich dazu, dass sich, sagen wir mal, dann die Elektrolyte allgemein, und speziell jetzt das Kalzium, nivellieren. Wichtig ist vielleicht interessant, dass eben dann Hypotensionen beschrieben wurden, weil wenn man zu schnell eben sozusagen das Kalzium fallen lässt, abfallen lässt, dann kann das natürlich auch zu störender Glattenmuskulatur kommen, und da ist dann eben entsprechende Hypotension festzustellen. So, jetzt gehen wir zurück zu unserem Patienten, der mit der Hypokalzämie und diesem Verwirrtheitszustand und dieser ängstlichen, vielleicht depressiven Situation zu uns auf die Intensivstation kam, der diesen Gewichtsverlust hatte, und der das aus welchen Gründen auch immer, konnte das nicht richtig klären, eben nicht weiter abklären wollte. Bei dem haben wir festgestellt, dass das PTH vermindert war. Das heißt, wir haben weggeschickt dann, ein auswärtiges Labor, das Related Peptide, das hatten wir aber hier nicht zur Verfügung, das heißt, stand sozusagen im Raume, wie das vermindert sei, oder erhöht sei, und das, was wir aber messen konnten, das war sozusagen das Calcidiol, das war im Normbereich, also damit ergab sich sozusagen kein Hinweis auf eine Intoxikation. Und wir haben aber gesehen, dass das Calcidiol ordentlich erhöht ist. Also das heißt, PTH vermindert, Calcidiol war eben entsprechend erhöht. Und wir haben den Patienten, nachdem wir ihm Flüssigkeit gegeben haben, war der dann vom Calcium her schon sinkend gewesen, schon allein durch die Flüssigkeitszufuhr und vielleicht auch durch die vermehrte Ausscheidung. Er wurde auch klarer, wir konnten Ultraschalluntersuchungen durchführen und wir fanden eine doch signifikante Lymphadenopathie. Auch hatte der Patient im Blutbild Hinweise auf eine Bizytopenie. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Nachdem man dann eben einen Lymphknoten entfernt hat, hat man ein Lymphom festgestellt. Und dieses Lymphom war letztendlich Ausdruck eben dafür, dass sich das Calcitriol vermehrt hatte und dadurch sekundär die Hyperkalzämie entstanden ist. Und nachdem man diesen Patienten dann mit Flüssigkeit, Calcitonin und dann auch nach Entfernung des Lymphknotens mit Cortison behandelt hat, war das sozusagen ein anderer Mensch geworden, was seine intellektuellen und neurologischen Leistungsfähigkeiten anbelangt. Und man konnte den dann entsprechend behandeln. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Das heißt, wenn Sie einen Patienten haben, der auf der Allgemeinstation oder auch der Intensivstation eben sozusagen erstmal abwehrend ist, dann schauen Sie, ob es eben neben einer vielleicht möglichen Entscheidung oder einer gewissen Phobie gegenüber dem Medizinsystem eben auch Gründe gibt, die dazu führen, dass eben die Psyche verändert sein kann. Und wenn es eben die Hyperkalzämie ist, dann können Sie ja vielleicht zusammen mit Ihrem Team und der Familie den Patienten dafür überzeugen, sich doch ein Stück behandeln zu lassen. Und dann bessert sich die Situation und Sie sind hoffentlich froh und erfolgreich. Hier gäbe es Literatur. Dann nochmal den Hinweis auf meine Produkthaftung. Ich habe wieder den Vortrag nach den aktuellen Leitlinien sozusagen abgestimmt. Aber es kann natürlich trotzdem mal sein, dass ein Schreibfehler oder ein Dosierungsfehler da ist. Überprüfen Sie das immer. Es gibt ja entsprechende Fachinformationen und Hinweise. Und ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich über Kommentare und auch Diskussionspunkte. Also ich fände es klasse, wenn wir einfach sagen, nein, ich sehe das nicht so. Wo wir geben immer am Anfang den Newsom ab, egal wie die Nierenfunktion ist oder ähnliche Dinge. Oder wir bestimmen nie das Related Peptide, weil wir wissen doch eigentlich schon, was los ist mit dem Patienten. Das wäre eine tolle Sache. Ich freue mich auf regen Austausch und danke nochmal für die Teilnahme. Bis zum nächsten Mal.